Dann die nächste Geschichte ist von Ibrahim a.s. Wie sinnlos der Schirke ist. Eben haben wir erwähnt, wie sinnlos der Schirke ist, wenn du weißt, dass Allah derjenige, der es dir gibt, der weiß, wofür betest du jemand anderen an? Zweitens ist Ibrahim a.s. Was hat er zu seinem Vater gesagt? Ya abati lima ta'abudu ma la yasma'u wa la yubisiru wa la yuguni angasheya Oh, mein Vater, warum betest du an, was nicht hört? Und nicht sieht? Und kann dir nicht nützen? Was hat der Prophet a.s. gesagt zu Fatima? La yuguni angimina la yasha'il Selbe Verb. Ich kann dir vor Allah nichts nützen. Dann, was ist jetzt mit dem Prophet a.s. Hört der Prophet a.s. Der Prophet a.s. ist von diesem Leben in ein anderes Leben übergegangen. Wenn jetzt jemand sagt, der Prophet ist tot, ist das korrekt? Korrekt aus der Sicht von, dass er gestorben ist, von Hayatudunya. Wenn ich frage, ist der Prophet lebendig, ist das korrekt? Ist auch korrekt. Korrekt von Sicht Hayatud Barzakhia, dass er in Barzakh lebt, aber ist in eine andere Übergangsstufe übergegangen. So jetzt, was wird gesagt? Es wird gesagt, Barzakh heißt, diesseits, dann kommt am jüngsten Tag, der jüngste Tag, wenn alle auferweckt werden, und man geht entweder ins Jannah, ins Paradies oder in die Hölle. Und dann gibt es diese Zwischenwelt, zu der auch das Leben im Grab gehört. Das heißt, der Prophet, und gerade die Propheten und die Schuha da, die haben eine besondere Art von Leben. Weil Allah sagt auf dem Koran, Erwachte nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, tot sind, sind sie lebendig. Aber nicht lebendig im Sinne von Hayatudunya, sondern lebendig im Sinne von Hayat Barzakhia. Aber, jetzt, der Prophet, der sagt, dass ihm der Salam überbracht wird. Das heißt, wenn du, sallallahu alaihi wa sallam, sagst, egal ob du hier stehst oder am Grab bei ihm, der Salam wird ihm überbracht und er grüßt zurück. Weil Allah gibt ihm Ruh zurück. Aber das heißt nicht, dass du Dua zu ihm machst, und du sagst ihm, oh Prophet, mach für mich Dua zu Allah. Oder noch schlimmer, du sagst dem Propheten, was betalerlich ist, gib mir ein Kind oder verzeihe mir oder sowas. Weil das ist nicht überliefert worden. Jetzt frage ich euch eine Sache. Zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sind viele Leute zu ihm gegangen, haben zu ihm gesagt, ja, gesandt Allah, mach Dua. Und der Prophet macht Dua, das Regen kommt runter, hört nicht mehr auf, die kommen nächste Woche, mach Dua, dass der Regen aufhört, der Regen hört auf, mach Dua, dass meine Mutter rechtfert wird, die Mutter wird rechtfert, mach Dua, mach Dua. So viele Stellen. Jetzt frage ich dich was, das war zur Zeit des Lebens von Propheten. Jetzt, wann hatten die Muslime mehr Probleme gehabt? Meinungsverschiedenheit, größte Probleme. Zur Zeit des Lebens, im Leben von Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder nach dem Leben von Propheten, sallallahu alaihi wa sallam? Nach oder vor? Nach, natürlich. Dann kamen die großen Probleme, wer wird Khali, also der Khalifa war eigentlich eine eindeutige Sache, Abu Bakr, dann Omar, dann, okay, bei Uthman und Ali gab es dann Meinungsverschiedenheiten, aber die Shura hat sich für Uthman entschieden und Ali hatte damit auch gar keine Probleme gehabt, radiallahu anhu. Aber trotzdem, danach fingen Probleme an. Streit um das Sahabe. So, das heißt, die hatten vorher mehr Probleme noch gehabt, die hatten keinen, den sie ansprechen konnten. So, jetzt frage ich, warum, warum findest du keinen einzigen Hadith, oder Asar vielmehr, Moukouf, ja, von einem Sahabi, von einem Tabi, außer erfunden, vielleicht zwei, drei erfundene Geschichten, die absolut keine Basis haben, dass irgendjemand zum Grab von Propheten gegangen ist und hat zum Grab von Propheten gesagt, oh Gesandte Allahs, gebe mir einen Traum, wie wir entscheiden müssen, diese Sache. Wer der Amir Mu'minin werden soll, nach Umar al-Khattab. Wie wäre das? Oh Gesandte Allahs, zeige mir dies oder das. Warum nicht? Kannst du mir mal erklären? War das verkehrt? Das ist das Verständnis der Sahaba. Wer hat das bessere Verständnis? Wir oder diese Leute? Tausende, diese Leute. Bruder, Sullah al-Dabir waren 1400 oder 1500 Sahaba gewesen, bei denen Allah sagt, er ist mit denen zufrieden. Von Tausenden, 1400 oder 1500, ich weiß die Zeit jetzt nicht ganz genau, und bei Fatul Mekka waren 10.000 da, und bei Hajat al-Wadda waren 100.000 da. Du hast keinen einzigen Bericht, der Sahih ist, außer Maudur erfunden, da gibt es auch nur zwei, drei, dass jemand da zum Grab gegangen ist. Wie geht das? Ach, das zeigt ganz eindeutig, dass diese Sache falsch ist. Sondern, wenn du Probleme hast, was sagt der Prophet? Fas'alillah, bitte Allah. Und wenn du Hilfe brauchst, fasta'imillah, wie er zu Ibn Abbas gesagt hat. Das ist die korrekte Methode. Ibrahim A.S. hat auch, wie gesagt, diese Punkte gebracht, die Nameneigenschaft von Allah genannt. Dann der nächste Punkt ist, die Sinnlosigkeit des Schirks ist, wozu es führt. Wir haben gesehen, die Völker im Koran, wie viele Völker sind zerstört worden, aufgrund des Schirks. Und Allah sagt zum Beispiel, was haben euch eure Grötter heute geholfen, sinngemäß? Nichts. Ja. Dann auch von der Fitra. Das ist gegen deine Fitra eigentlich. Allah sagt, warum bediene ich nicht dem, der mich, das kommt vom Fitra, mich in dieser Fitra erschaffen hat. Und dann vom Verstand her, vom Logischen her. Wenn du jemanden kennst, beispielsweise, der dir alles geben kann, und er sagt zu dir, komme zu mir, bitte mich, wenn du was brauchst, komme zu mir. Und er sagt, das ist Gottesdienst. Und er sagt, er liebt das, wenn du ihm bittest. Er liebt das. Und du gehst nicht zu ihm, du gehst zu jemand anderem, was ist das für ein Schwachsinn? Das ist der größte Schwachsinn, Achik. Ist das nicht der größte Schwachsinn? Derjenige, Allah sagt zu dir, bitte mich, und ich antworte euch, und du sagst, nee, du zweifelst an Allah. Du sagst, vielleicht gibt er doch nicht, ich muss erst mal durch den anderen. Dieser ganze Quatsch mit König, wenn du zum König gehst, wir sind nicht beim König. Wir sind beim Herrscher der Himmel und der Erde, nicht beim König von England oder so, wo du erst mal zu irgendjemandem gehen musst. Wir sind beim König, bei Allah, der zu dir sagt, bittet mich, und ich werde euch geben. Subhanallah, Ich mache nur Dua zu Allah, und ich gebe ihm kein Beigesellen. So, jetzt die größten, die wichtigsten Gründe für Schirk. Das ist auch sehr wichtig, dass wir wissen, wie kommen die Menschen in Schirk. Der erste Grund ist, Hulu, Übertreibung. Und Übertreibung gibt es zum Beispiel in Lob, und Übertreibung in der Liebe. Zum Beispiel, Übertreibung im Lob. Du findest Leute heute, Anaschid-Lieder, die sind der größte Schirk. Oh, Gesandte Allah, du bist der, die Sünden vergibt. In welcher Kategorie ist das Schirk? In welcher Kategorie? Der Prophet vergibt die Sünde. Die sind Dua zu machen zum Propheten. Oh, Allah, oh, Prophet, vergib uns die Sünden. Oh, Gesandte Allah, schenk mir dies, schenk mir das. Das siehst du zum Beispiel auch bei Christen sehr viel. Bei Christen, bei den Katholiken beispielsweise, jeder, der irgendwie heilig war, wird sofort zu dem gebetet. Hier hast du jetzt gehört, die Nonne. Papst Johannes Paul, ist gestorben. Sie hat zu ihm gebetet und sie ist, sie hat ein Bittgebet zu ihm gerichtet und sie ist gesund geworden. Maschid-Allah. Jetzt eine wichtige Frage. Das ist etwas, was viele Leute für die Richtigkeit des Götzendienstes in Betracht ziehen. Die sagen, wir haben gebetet und das Gebet ist erhört worden. Was? Wie antworten wir darauf? Wir sagen, zum Beispiel, jemand ist krank. Wodurch kann der krank sein? Zum Beispiel, der Scheitan nervt den. Der Scheitan liegt auf seinem Gewissen. Der Scheitan ist in ihn reingegangen. Jetzt geht er zu dem Grab, schlachtet für den sogenannten, für den Wali. Kann ein Wali sein, kann auch ein Nicht sein. Und es geht weg. Warum? Weil der Scheitan hat das gehabt, was er wollte. Der ist Schmussschirr geworden. Der hat Schirk gemacht und wenn er so stirbt, der einzigste Weg vom Schirk zurückzukommen ist was? Dass man in den Islam wieder eintritt. Den Islam erneut. Und entweder Islam das einzigste was Schirk im Diesseits vergibt, dass du in den Islam wieder eintrittst. Dann ist der Islam raus. Und was wird dieser Mensch machen? Der wird Werbung machen dafür. Er wird sagen, wenn ihr Probleme habt, gib zu dem Grab und Schlachtel, dann wirst du geheilt. Deswegen kann es sein, das ist der erste Grund, Schaitan. Der zweite Grund ist, es kann sein, dass Allah das zulässt, was dieser Mensch, wofür der Mensch gebetet hat, dass Allah das zulässt, dass dies geschieht. Kann passieren. Was ist der Beweis dafür? Wie kannst du ihm das beweisen? Du sagst, es gibt Leute, die beten einen Baum an und die sagen, der Baum hat meine Gebete gehört. Dann sagt er, ach, der Baum hört doch nicht die Gebete, aber der Oali. Dann sagst du, wie, aber die sagen, der Baum hat er gehört. Wie erklärst du das? Wie erklärst du das, mein Freund? Du sagst, der sagt, der Baum. Das ist ganz einfach. Wenn die Leute 100 Jahre an den Baum beten und nie wird ein,